Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Ich bin hier ganz oben. Ich bin der Champion. Ja, falls die Musik krank klingelt, bedeutet, falls die Musik krank klingelt, ist, weil ich krank bin. Ja, wow. Hätte man jetzt nicht gedacht. Ja, ähm, nach meinem Ruhrzeug direkt mal mich erkältet. Nice. Ja, aber deswegen haben wir auch jetzt in der letzten Zeit keine Videos. Mal gucken, ob sich das am Morgen oder immer morgen dann bessert. Kann ich ja nicht bestimmen. So, hier meine Slimeys. Ich bin ganz oben, Alter. Ich finde den Spot hier oben richtig geil. Und, wie nice ist das hier? Äh, ja. Wir haben letzte Folge die Quantenslimes ja uns geholt. Jetzt frage ich mich, was holen wir uns denn jetzt? Ich würde sagen, ich werde erst mal mir ein bisschen Geld erschaffen. Also, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen Money gemacht habe. So ein paar Monetos. Ein paar Monetos. Ihr seht, da hinten, da ist richtig viel. Also, meines Leidens helfen mir, das Geld anzusammeln. Dann, bis gleich. So, endlich bin ich mit dem ganzen Kackeaufsammeln fertig und verkaufe. Also, hier noch die letzten. Zack, 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 zack. Und ihr seht, ich habe nichts gescheatet. Es sind 8409 News rausgekommen. Und die werden wir jetzt alle in die 7Z Belohnungsklub Corporation ausgeben. Eins, zwei. Ich konnte nur zwei Schritte machen. Bruder, die sind so teuer, diese Schritte. Naja, was habe ich jetzt für eine E-Mail bekommen? Äh, die 7Z Corporation gratuliert Ihnen zum Erreichen des Rangers Rollender Käfer 1. Mit diesem Rang haben Sie nun Zugriff auf eine revolutionäre neue Technologie zur Slime-Bereichung und Ablenkung von Aktivitäten, die ansonsten die Range-Arbeit behindern könnte. Wir nehmen, wir nennen diese neue Technologie Slime-Spielzeuge. Oh, es gibt jetzt Slime-Spielzeuge. Aha, hier. Wahrscheinlich für jede Slime-Art gibt es hier extra Spielzeuge. Für die. Interessant zu sehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Was war das für ein Satz, Alter? Ähm, und... Was auch besonders ist, wenn wir hier einen Auftrag von zum Beispiel, den Typen hier, erfüllen, kriegen wir eine bestimmte Sache. Aber, warte, warte, warte. Erstmal brauchen wir das Zeug für den Typen. Einmal geben wir hier die Slimes. Karotte weg. Claude auch weg. Brauche ich nicht. So, einmal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe einmal die 8 vergessen. Warte. Komm her. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Hab ich gesagt. Ja, so ist besser. Okay, nur noch 3 von den Quanten-Slimes. Ich reiß drauf auf meine jetzigen Quanten-Slimes. Ich nehme mir jetzt einfach 3 davon. Der Auftrag ist wichtiger. Dann ist jetzt halt nur noch einer hier. Sorry. Ja, die machen da immer so Projektionen, dass man denkt, aha, die sind ausgebrochen. Aber Quatsch, ich kenne euch. Die brechen doch nie aus bei mir. So, danke, danke, danke. Ja, ja, alles klar. Werde ich alles wegschmeißen. Jetzt regnet es einfach mal ein paar... Ja. Ein paar Früchte und ein paar Gemüse. So, und jetzt müssten wir doch irgendwie noch eine E-Mail bekommen. Von den Typen, oder? Nee, habe ich gerade nicht bekommen. Wer war das bei jemand anderem? Nee, das war doch bei dir. Äh, bin ich doch dumm. Ah, nein, man muss ja hier dieses Gebiet kaufen. Okay, wie viel kostet das? 10.000! Ah, ja, ja, ich hatte die 10.000, aber ich die dafür nicht ausgegeben. Oh, bin ich blöd. Meine Fresse, bin ich blöd. Alter. Leute, ihr könnt nicht glauben, wie dumm ich bin. Manchmal ist in meinem Hirn irgendwas falsch gelaufen. Na gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im neuen Gebiet bin. Nömer. Ich habe die doch weggeschickt. Weg mit dir. So, bis gleich. All right. Quagenten Slimes brauche ich. Ganz viele Quagenten Slimes, bitte. So, Projektionen, Projektion. Dann darf ich mich nicht täuschen lassen. Neue Tiere wären auch nicht schlecht. Immer nur die Hühner zu sehen, ist voll boring. Ah, ja, 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 ja. Die Mucke ist auch hier geil. Also hier, Echoes. Ein Lichtstäubchen oder vielleicht eine Erinnerung? Könnte beides sein. Wer weiß. Wer weiß. Nein, ich habe... Oh mein Gott, zum Glück gibt es keinen Falscheren. Zum Glück gibt es keinen Falscheren. Gucke ich eigentlich gerade hin. Gibt es hier runter? Nee. Doch, wenn ich hier die Tür öffne. Moment, was ist das? Das sind doch normale Po-Gefrüchte. Jetzt hat sich da unten die Tür geöffnet. Doch, nicht. Hä? Was ist denn das für ein Betrug? Das ist Bildtronenbruch. Das ist Bildtronenbruch. Naja, man kann eigentlich filmen. Ja, gehen. Was haben wir hier alles noch? Ey, mir ist so warm, Alter. Kann sein, ist so beschissen. Ähm, nicht viel. Ich habe eigentlich schon fast alles erkundet. Ich habe hier noch einen Slime. Oh nein. So, wohin eine Lüge. Und du bist hier noch ein Gorlo-Slime. Geil. Ich will die wieder füttern. Weil der ist hier nur... Wie geht's? Nur Fleisch. Oh, ich habe mich jetzt ausgesperrt. Das solltet ihr vielleicht nicht machen. Ja, nehmen wir euch auch nochmal mit. So. Ja, dann... sehen wir uns gleich mal bei meiner Farben wieder. Bis gleich. Okay, wir haben ein paar Quantenslimes geholt. So. Einmal hier rein. Dann ist der quasi nicht alleine. So. Erstmal dort ein schönes Foto. Von euch. Haltet doch bitte still. So, ist gut. Jawohl. Gut. Dann, äh... Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr... Endet das Video. Alter, ich... Kennt nicht mal meine Abmoderation richtig. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017